Ihr Ticket? Ja, wunderbar. Äh, was ist das denn? Mit Tieren ist der Flug untersagt. Oh nein, mein süßes Kaninchen kann ich doch nicht hier lassen. Ich hab ne Idee. Ich werd's einfach unter meinem Hut verstecken. Das wird niemand bemerken. Geben Sie mal Ihren Hund her. Jetzt können Sie rein. Nächste bitte. Hier ist mein Ticket und mein Pass. Oh, alles klar, Sie können rein. Aber ich muss ihn mal kurz durchscannen. Seltsam. Wir haben hier ein Kaninchen. Haben Sie etwa dieses Schild nicht gesehen? Nein, bitte, bitte. Nehmen Sie mir mein Kaninchen nicht weg. Mit ihm wird alles in Ordnung sein. Jetzt können Sie reinkommen. Wie erwärmlich. Ich fang gleich an zu weinen. Ich glaube, ich hab ne Idee. Hallöchen. Guten Tag. Was haben Sie unterm Hut? Gar nichts. Aber wenn wir ein bisschen zaubern, erscheinen mein Pass und mein Ticket. Oh wow, wie haben Sie das denn gemacht? Ist hier sonst nichts mehr versteckt? Sieht leer aus. In Ordnung, kommen Sie rein. Dankeschön. Was für ein Zaubertrick. Bitte begeben Sie sich zum Flugzeug. Ist hier interessant. Hey du, ich hab ne Überraschung für dich. Was für ne Überraschung. Ich glaube, du wolltest dein Kaninchen mitnehmen, oder? Einen Moment. Da ist es. Oh, wie cool. Aber wie ist das denn möglich? Wie auch immer. Vielen Dank. Okay. Gern geschehen. Ihr Ticket. Jetzt können Sie ins Flugzeug. Dankeschön. Moment mal. Schönen guten Tag. Bingo. Ich hab hier was für Ihr kleines Baby. Was? Das ist ja gar kein Baby. Ups. Wie konnte das denn passieren? Ups. Mir leid. Sie werden sicher nicht fliegen. Was die sich nicht alles einfallen lassen. Was für ne coole Rasse. Hier ist mein Ticket. Okay, super. Eine Minute. Ah, Sie haben keine Tiere. Sie können durch. Dankeschön. Moment mal. Ich hab das Meerschweinchen nicht gesehen. Im Rucksack. Ich hab doch gesagt, keine Haustiere. Im Flugzeug. Haben Sie mich nicht verstanden? Raus hier. Moment. Man darf keine Tiere mitnehmen? Aber ich hab doch einen Frosch. Ich könnte ihn doch in ein Buch verstecken. Das ist eine gute Idee. Gut, dass ich auch ein Messer mithabe. Ich schneid einfach genug Platz für meinen kleinen Kumpel. Das sieht toll aus. Na also. Hey, sei doch vorsichtig. Tut mir leid. Das war nicht geplant. Hallo, mein kleiner Frosch. Na, gefällt dir meine Idee? Bleib ruhig hier drin sitzen. Ich soll schließlich niemand entdecken. Ja, guten Tag. Darf ich rein? Schön flugt dann noch. Aber Moment. Ich muss mal kurz durchscannen. Ja, natürlich. Sie scheinen keine Tiere mitzuhaben. Also können Sie rein ins Flugzeug. Oh, Moment. Das wollte ich nicht. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Super. Mein Vorhaben war ein Erfolg. Alles in Ordnung? Ja, natürlich. Awesome. Und meinem Frosch geht's auch gut. Du kannst jetzt rauskommen, Kumpel. Gut gemacht. Wir haben einen Frosch im Flugzeug. Hol ihn sofort runter. Hier haben Sie mein Ticket. Na, wie geht's dir, mein kleiner? Bitte sehr. Aber mit dem Papagei dürfen Sie doch nicht ins Flugzeug. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Den können Sie abholen, wenn Sie zurückkommen. Mann, wieso das denn? Hast du das gehört? Wir dürfen mit unseren Tieren nicht rein. Was machen wir mit dem Chameleon? Wir müssen uns was überlegen. Ich hab ne Idee. Hä? Okay. Bitte sehr. Sie können rein. Darf ich? Ach ja, natürlich doch. Schönen guten Tag. Wir müssen das Chameleon unter der Decke verstecken. So ist gut. Schönen guten Tag. Mein Freund hat sich das Bein gebrochen. Und deshalb sitzt er in einem Rollstuhl. Ach, das tut mir ja wirklich leid. Ihre Tickets bitte. Ach ja, natürlich. Die hätte ich fast vergessen. Hier, bitte sehr. Das kitzelt ja. Wieso kannst du nicht ruhig sitzen? Ich kann das nicht ertragen. Voll kitzlig. Hey, beruhig dich bitte. Er schaut doch zu. Was ist denn hier los? Haben sie etwa ein Chameleon unter der Decke? Ich hab doch gesagt, keine Haustiere. Ja, Entschuldigung. Er kann also laufen. Das haben sie sich nur eingebildet. Na wartet, ihr Betrüger. Moment mal. Haben sie diese Regeln nicht gesehen. Keine Tiere. Oh, Mino. Muss ich jetzt mein Haustier abgeben? Ja, sie können sie dann abholen, wenn sie zurück sind. Ach, schon wieder ein Haustier. Jetzt können sie reinkommen. Oh, komm mal. Schön flug. Ich will aber nicht ohne meinen Hund fliegen. Ich hab eine Idee. Ich zieh meine Angelweste aus. Und verbiege meinen Hut. Aus der Leine mach ich eine Angelrute. Mach aus der Sonnenbrille eine Blindenbrille. Fertig. Ich bin ein blindes Mädchen mit ihrem Blindenhund. Ich bin ein Meister der Verwandlung. Wo ist denn das Flugzeug? Warten Sie mal. Sie sind doch blind. Ach, du Warme. Kann ich das Ticket bitte sehen? Ja, natürlich. Bitte sehr. Schauen wir mal. Ah ja, scheint zu passen. Okay, ein Pass und das Ticket kriegen sie wieder zurück. Sie können durch. Oh nein, wo willst du denn hin? Kleiner. Was war das denn gerade? Ist die etwa nicht blind? Jetzt bleib stehen. Du darfst doch nicht einfach wegrennen. Ja, ganz genau. Und sie verlassen jetzt den Flughafen. Oh, Mino. Bitte sehr, unsere Pässe. Schauen wir mal. Oh, wow. Oh, wow. Was für eine Schönheit. Das ist ja das Mädchen aus meinen Träumen. Wow. Ja, Halli, hallo. Hallöchen. Kann ich bitte rein? Ja, natürlich doch. Vielen Dank. Guten Flug dann noch. Na, endlich bin ich im Flugzeug. Wow. Was ist das denn? Was? Wie auch immer. Jetzt, wo wir im Flugzeug sind, kann ich meine kleinen Haustiere rausholen. Äh, wer ist das denn? Hamster? Oh, Mino. Ich hab doch gesagt, dass ich euch mit in den Urlaub nehmen werde. Guten Flug dann noch. Bin ich noch nicht zu spät? Hier ist mein Ticket. Ja, sie sind noch nicht zu spät. Aber ich fürchte, das Kätzchen können sie nicht mitnehmen. Kennen sie einfach die Regeln nicht? Keine Haustiere an Bord. Was für ein Pech. Moment. Halten sie mal den Kopf gerade. Höher, tiefer. Äh, was machst du denn da? Ich bin Fotografin und muss unbedingt ein Foto von ihnen machen. Von hier? Ja, Moment mal. Eine Sekunde. Super. Drei, zwei, eins. Los geht's. Ah, der Blitz ging direkt ins Auge. Das ist meine Chance, das Kätzchen schnell in meine Kameratasche zu verstecken. Mach dir keine Sorgen. Wir werden gemeinsam fliegen. Awesome. Hey, I've got it. Super, er hat nichts bemerkt. Schönen Tag dann noch. Aber eilen sie sich bitte. Wir müssen abheben. Ah, gerade noch so rechtzeitig. Mit meinem Kätzchen, ist das nicht cool? Schau mal, sieht doch voll schön aus. Oh, nein, ich kann nicht. Hier sind meine Unterlagen. Alles gut, kommen Sie rein. Wow. Ich traue meinen Augen nicht. Das ist doch keine Frau und das ist eine Götin. Und sie geht direkt zu mir. Was für eine Schönheit. Es ist heiß hier drin. Hier ist mein Pass und darin ist mein Ticket. Danke. Nun, an männlicher Aufmerksamheit mangelt es mir heute gewiss nicht. Schönen Tag, Jungs. Ich muss ins Flugzeug. Los geht's. Vielleicht können wir sie noch einholen. Was glaubt ihr denn? Wo geht ihr hin? Kommt schon, Jungs. Zeigt mir eure Tickets. Hier ist mein Flugzeug. Was für eine tolle Figur. Nicht wie bei mir. Wow. Endlich. Ich bin so müde, mit diesen Dingern herumzulaufen. Da seid ihr ja meine Lieblinge. Mami hat euch so sehr vermisst. Was für ein Pech. Lasst uns eine Reise machen, meine Schätzchen. Hallo, ihr Ticket. Alles ist in Ordnung, aber leider dürfen sie den Hund nicht mitnehmen. Genau wie alle anderen Tiere. Wieso? Aber ich habe eine wunderbare Idee und einen tollen Hut, in dem ich mein Kaninchen verstecke. Bis bald, Bobby. Keine Sorge, er kann bei mir bleiben. Ihr Pass, Madame. Alles ist in Ordnung. Nur zu einem kleinen Check. Was ist das? Jetzt geht's los. Haustier sind an Bord strengstens verboten. Aber keine Sorge, ihr Haustier wird auf sie warten und herbleiben, bis sie zurückkommen. Guten Tag. Darf ich Ihre Kopfbedeckung überprüfen? In diesem Fall zeige ich Ihnen einen Trick. Hokus pokus. Und der Reisepass ist hier aufgetaucht. Wow. Das kann nicht sein. Zeigen Sie mir jetzt schnell Ihren Hut zur Kontrolle. Seltsam. Entschuldigung, gehen Sie weiter. Und hinter ist auch nichts. Okay. Guten Tag. Kommen Sie hier rein. Tja, da ist mein Kaninchen ganz allein geblieben. Ich bitte um Verzeihung, aber ich weiß, wie ich Ihnen helfen kann. Ein kleiner Trick und Ihr flauschiger Freund ist gleich bei Ihnen. Einen Moment. Ich glaube, ich hab's. Da ist er. Wow. Vielen, vielen Dank. Alles gut. Keine Spuren von Tieren. Guten Tag. Kommen Sie bitte rein. Also, der Papierkram ist in Ordnung. Ich soll aber den Korb ansehen. Oh nein, da ist mein Kätzchen drin. Ich weiß. Oh, hat Ihnen schon jemand gesagt, dass Sie ein tolles, markantes Kiel haben? Darf ich ein Foto von Ihnen machen? Nun, warum nicht? Aber eine Sekunde bitte. Ich muss erst mein Haar in Ordnung bringen. Jetzt bin ich bereit. Sehr gut. Es hat geklappt. Das Wichtigste ist jetzt, so schnell wie möglich ins Flugzeug zu steigen. Entschuldigen Sie mir, ich muss gehen. Hey, was ist das? Ein leerer Korb? Ich rieche, da war ein Tier. Hallo. Bitte treten Sie ein. Hurra, da ist mein Platz. So, jetzt kann ich dich rauslassen, Kätzchen. Oh, was für ein süßer Kerl. Darf ich dich streicheln? Ja, natürlich. So ein braves Kätzchen. Ui. Ich denke, ich habe jetzt Allergie. Hallo, gute Reise. Guten Tag, werfen wir einen Blick auf den Papierkram und noch ein Scan. Bringen Sie Zia mit? Nein? Dann gehen Sie bitte. Warten Sie bitte einen Moment noch. Oh je, erwischt. Es gibt keine Ausnahmen. Und Zia sind am Bord strengstens untergesagt. Nun, das ist schade. Was für strenge Regeln. Ich bitte, man darf auch gar keinen Frosch mitbringen. Ich muss etwas ausdenken. Ich habe ein Buch, das ich komplett gelesen habe. Das heißt, ich kann es ein bisschen abändern. Dieser Teil der Geschichte hat mir nie gefallen. Jetzt setzen wir den Frosch hinein. Großartig. Wir können zum Kontrollpunkt gehen. Hier sind meine Tickets. Darf ich gehen? Gleich nachdem Sie durch den Scanner gegangen sind. Sieht klar aus. Alles gut, kommen Sie rein. Willkommen an Bord, bitte. Hier ist mein Platz. Ich lege mein Gepäck auf das obere Regal, damit es nicht stört. Wir sind bereit zum Abflug. Oh gut, Sie haben uns nicht erwischt. Wie geht es dir, mein grünes Schatz? Hä? Was ist das? Wenn gehört es, es ist auf meinem Kopf gelandet. Hilfe! Hallo. Hier sind meine Tickets. Wie geht es dir, Kesha? Geht es dir gut? Tut mir leid, aber Kesha wird nirgendwo hingehen. Zumindest nicht mit unserem Flugzeug. Haustür sind an Bord nicht erlaubt. Hast du das gehört? Haustür sind nicht erlaubt. Oh, ich habe eine Idee. Komm schon, ich brauche deine Hilfe. So, das ist schon besser. Hallo? Ihre Tickets, bitte. Oh je. Ich glaube, die Eidechse macht einen Spaziergang. Ist alles mit Ihnen in Ordnung? Alles gut, ja. Nein, unerträglich. Das kitzelt. Was ist los mit ihm? Alles gut, er hat sich gerade an einen lustigen Witz erinnert. Stimmt, Alex? Das kann ich nur schwer glauben. Zeigen Sie uns, was Sie da haben. Ich habe es gewusst. Ein Versuch, ein Tier an Bord zu bringen. Schauen Sie mal, was ist da drüben? Laufen wir und beeilen wir uns. Was? Wo sind Sie hingegangen? Wir wissen nicht. Verpasst. Hallo, hier ist mein Ticket. Alles ist in Ordnung. Oder nicht? Ein Goldfisch? Nein, nein. Zier sind an Bord nicht erlaubt. Bitte geben Sie mir den Fisch. Ich kümmere mich um ihn. Ich kann nicht glauben, dass ich mich von meinem Tüton trennen muss. Er ist so sensibel. Ich habe eine Idee. Gehen Sie aus dem Weg, hier ist mein Ausweis. Lassen Sie mich an Bord und beeilen Sie sich. Was ist das? Keine Zier an Bord. Nicht unter meiner Aufsicht. Hey, wie können Sie es wagen? Bitte kommen Sie rein, es tut mir leid. Oh, nichts passiert. Oh, da ist mein Platz. Liegt es an mir? Dort zischt da etwas in meinem Ohr. Bitte kommt rein. Und du bleibst bitte stehen. Hoffentlich bemerkt er nichts. Oh, hier hast du eine kleine Rasse. Dann schau mal, was ich habe. Was? Tut mir leid. Okay, okay, ich gehe ja schon. Wann hören die denn endlich auf? Was für ein tolle Spielzeug. Guten Tag. Hast du das Schild vielleicht gesehen? Haustiere verboten. Das wusste ich nicht. Was soll ich denn tun? In die Kiste. Geh in die Kiste, mein Goldstück. Ich hole dich bald wieder ab. Und so lange bleibst du hier? Oh Mann. Was? Und ich habe eine Katze. Und ich will sie nicht hier lassen. Was soll ich denn tun? Moment, ich habe eine Idee. Ich verstecke sie einfach hier. Oh, Doktor, ich bin schwanger. Ich bin hochschwanger. Lassen Sie mich rein. Ich muss mal hören. Oh nein. Was ist das für ein Geräusch? Du willst mich nur austricksen. Ich weiß, es ist eine Katze. Nein, bitte. Ich gehe dann mal. Moment mal. Du siehst ja seltsam aus. Ich muss mal nachschauen. Aha, eine Schildkröte. Man darf hier mit Schildkröten nicht rein. Die kommt in die Kiste. Du bist ja voll gemein. Mach, dass du wegkommst. Oh Mann. Ich muss meine Lieblingskakerlake auch abgeben. Du bist doch so süß. Ich weiß. Als hätte ich Kopfschmerzen. Oh, Doktor. Ich habe solche Kopfschmerzen. Lass mich rein. Ja, natürlich. Komm rein. Hallo. Was hast du denn? Nichts. Ich habe bloß meinen kleinen Freund reingeschmuggelt. Da ist er. Oh, mein Kleiner. Schau mal. Ah, nein. Spaßverderber. Du bist so süß. Oh, guten Tag. Komm rein, bitte. Dankeschön. Warte. Wen hast du denn da? Ich habe doch gesagt, keine Haustiere. Na, gib mal her. Jetzt kannst du rein. Oh, nein. Und meine schöne Schnecke. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich habe eine Idee. So. Bleib mal hier sitzen. Ich ziehe einfach diesen Kittel an. Und tue so, als wäre ich eine Köchin. Den Hut nicht vergessen. Aha. Die Schnecke kommt hier rein. Und da kommt einfach ein bisschen Brei drüber. Sieht so aus, als hätte ich einen Topf mit Brei. Wunderbar. Moment mal. Was hast du denn da? Aha. Das ist leer. Oh, das ist ja Brei. Komm rein. Das hat geklappt. Na, endlich. Ich habe Hunger. Bitte sehr. Ja. Sowas will ich nicht. Immer mit der Ruhe. Schau mal, was ich hier habe. Oh, meine süße kleine Schnecke. Willst du damit spielen? Oh, was für eine interessante Schnecke. Hey. Warte. Was hast du denn da? Ich habe doch gesagt, keine Haustiere. Hast du das gesehen? Gib mal her. Jetzt kannst du rein. Oh, du bist ja süß. Ich will dich mal streicheln. Oh, was soll ich denn mit meinen Fischen machen? Oh, was soll ich denn mit meinen Fischen machen? Oh, ich will die doch reinschmuggeln. Hm. Moment. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich brauche einfach diesen Mantel. Und ich brauche dieses Ding. Oh, ihr seid so süß. Hier kommt ihr rein. Der Doktor wird sicher nicht herausfinden, dass ihr hier drin seid. Coole Idee. Hallo. Ich muss in den Raum 13. Ja, klar. Komm rein. Ich habe es geschafft. Goodbye. Und wir spielen weiter. Guten Tag. Es wird Zeit für Behandlung. Schau mal, was ich hier habe. Komm mal her, mein kleiner Goldfisch. Ich habe doch gesagt, dass ich dich reinschmuggeln werde. Und hier ist der zweite. Oh, meine kleine Goldfische. Schau mal. Oh, wirklich golden. Danke für... Oh, was ist das denn? Ein Fisch. Wie ist denn der hier reingekommen? Das ist ein kleines Aquarium. Ja, bitte. Kommt rein. Wow, was für eine... wunderschöne Frau. Wow, die Sonne habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe dich verliebt. Wow. Oh, bleib mal stehen. Ja, guten Tag. Kann ich rein? Ah, danke schön. Oh, die ist ja toll. Hilfe. Ich muss hoch. Ihr seid so lustig. Ich gehe da mal. Ich auch. Wo willst du denn hin? Ah, okay. Du kannst rein. Na, endlich. Ach du meine Güte. Typisch, Jungs. Das sind meine kleinen Hamster. Hallo, meine Kleinen. Alles klar. Komm her. Ich werde mit dir spielen. Ich habe dich vermisst. Na, wieso schläfst du denn? Kann ich rein? Hast du das Schild gesehen? Keine Haustiere. Guten Tag. Kann ich bitte rein? Ja, ja, natürlich. Oh, nein. Meine kleine Ratte werde ich sicher nicht weggeben. Ich muss mir das überlegen. Alles klar. Ich brauche dieses Gitter. Das muss ich abnehmen. Na, komm schon, mein Kleiner. Ich bin mir sicher, du findest den richtigen Weg. Na also. Und jetzt tue ich so, als wäre nichts passiert. Hallo, kann ich rein? Was hast du denn in der Tasche? Hm. Was? Ein Stück Käse? Das ist alles, was du hast? Ja, ich mag Käse. Dankeschön. Ich gehe da mal. Jetzt muss ich das Gitter finden. Da ist es ja. Hier ist mein Käse. Den brauche ich jetzt. Was macht die denn da? Na, wo bleibt denn meine kleine Ratte? Da bist du, oder? Oh, da bist du ja schon. Ich wusste, dass du den richtigen Weg finden würdest. Awesome. Ich liebe dich, meine Kleine. Komm, ich streichel dich ein bisschen. Na, was soll das denn? Ich habe doch gesagt, keine Haustiere. Wieso denn? Doktor, bitte. Ab in die Kiste, schnell. Du armer. Hey, was für ein Drache. Kannst rein. Oh nein, ich habe den Hund mit. Was soll ich denn machen? Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich nicht zurücklassen. Ich habe eine Idee. Also, das muss ich ausziehen. Den Hut ziehe ich hoch. Das ziehe ich ab von der Angel. Und jetzt nur noch die Brille. Los geht's. Ich tue so, als würde ich nichts sehen. Sind wir hier? Moment. Du kannst auch nicht rein. Sorry, du bist ja blind. Okay, du kannst rein. Oh nein, mein Ball. Bloß nicht das. Was? Was ist denn hier los? Hey, wo willst du denn hin? Oh, jetzt habe ich gerade gar nichts verstanden. Na, warte. Dich kriege ich noch. Was ist denn hier los? Was ist passiert? Bitte hör auf. Ich bin müde. Ich habe dich. Na, warte. Gleich zeige ich es dir. Du bist ja gar nicht blind. Und raus mit dem Hund. Oh Mann. Hallo zusammen. Ich möchte etwas wirklich Leckeres. Wow. Dieses riesige Überraschungsei ist genau das Richtige. Warten Sie bitte. Ich hole das Geld jetzt. Manu, ich dachte, ich hätte wenigstens etwas. So lange niemand hinsieht, kann ich das Überraschungsei behalten. Es ist nur ein Schokoladenei. Fertig. Tut mir leid, ich habe das Geld zu Hause vergessen. Jetzt hole ich vom Zuhause mit meinem Bello. Das Geld, sagen Sie? Warum haben Sie so einen hingebaut? Bello, herzlichen Glückwunsch. Wir haben es geschafft. Dieses Ei gehört jetzt uns. Stopp. Wissen Sie, dass Stellen schlecht ist? Dafür werden sie auf jeden Fall bestraft. Nein, Bello. Ich nehme dich mit. Wie? Ohne Hunde? Was soll ich tun? Ich überlebe keine zwei Stunden ohne meinen Bello. Er ist noch so klein. Mein Baby. Was ist da drinnen los? Mila, ich beeile mich, Ihnen zu gratulieren. Der Tag, ihr entlassen, ist gekommen. Na, endlich. Hurra, hurra, hurra. Oh, das ist meine Chance. Ich hoffe, die Mila versteht meine Botschaft. Mila, warte. Ich habe ein Angebot für dich. Es ist eine großzügige Belohnung ausgesetzt. Mein Name ist Alex. Ich akzeptiere. Wie schön ist es draußen in der Wildnis zu sein. Wow. Ich soll Alex sein Haustier im Handumdrehen besorgen. Halt. Wohin gehen Sie? Ich finde, Sie sehen ziemlich verdächtig aus. Was ist unter Ihrem Helm? Unter? Nichts? Überhaupt nichts. Schauen wir es uns an. Nehmen Sie sofort den blöden Helm ab. Ah, ah. Sie haben da... Was? Das ist nichts. Na bitte, ich bin einfach umsonst gefallen. Entschuldigen Sie mir bitte. Kommen Sie herein. Hier ist unser Waschbecken. Ich weiß nicht warum, aber es funktioniert nicht. Ich kann mir nicht einmal das Gesicht waschen. Alles gut. Es wird repariert sein. Keine Sorge. Ich bin sauber. Äh, sauber. Ich habe nichts Verbotenes bei mir. Ich repariere Ihren Wasserhahn im Handumdrehen. Zuerst brauche ich dieses riesige Gerät hier. Es ist fast fertig. Hallo, was? Ich habe dir gesagt, du sollst hart mit ihm ins Gericht gehen. Während sie telefonieren, bringe ich das Baby an seinen Bestimmungsort. Kabel weg, kleine Maus. Alex wartet auf dich. Ah, wie furchtbar. Woher kommen die Mäuse? Man muss das Rohr reinigen. Fast geschafft. Mausi, bist du wieder hier? Hoffenbar hat Alex nicht nach dir gesucht. Wie läuft das denn so? Eine Sekunde. Ah, woher kommt das Wasser? Hilfe, was ist hier los? Nach einer solchen Wasseraufbereitung bleiben mir sicher keine Mäuse mehr übrig. Ich bin ganz nass. Sie müssen wissen, wie man mit den Rohrern umgeht. Wo kommt die Maus her? Welche Maus? Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Ich habe noch eine Menge Arbeit vor mir. Ich wusste, dass da etwas faul war. Mal sehen. Hallo zusammen. Halt, wer sind Sie? Keine Sorge, ich habe Ihnen nur Essen gebracht. Was haben wir hier? Boga. Wow. Und das Hähnchen aus KFC. Ich mag es. Was haben Sie noch? Nein, machen Sie nicht auf. Warum müssen Sie sich die Mühe geben? Nehmen Sie lieber einen Eimer vom KFC. Guten Appetit. Ich werde die anderen füttern gehen. Alex. Hi. Ich habe dir deinen Freund mitgebracht. Schau mal. Meinen Freund. Ich habe dieses Kaninchen noch nie gesehen. Das ist nicht mein Bello. Du bringst alles durcheinander. Endlich ein gutes Mittagessen. Stopp. Warum ist hier ein Kaninchenfeld? Ich zeige es diesem Koch. Das habe ich auch gedacht. Hören Sie auf, mich ständig an zu lügen. Wovon reden Sie überhaupt? Alles, was ich habe, ist Essen. Das werden wir gleich herausfinden. Ich schlage vor, wir spielen ein Spiel. Raten Sie mal, wo die Bürger sind. Was machen Sie da? Wo ist das Kaninchen? Ich muss mich erinnern. Da ist es. Mann. Und dann hier. Nein, hier sind die Bürger. Dann ist Kaninchen hier. Kann nicht sein. Ich habe es gerade in Ihren Händen gesehen. Ich glaube, Sie haben es Ihnen eingebildet. Ich werde hier überhaupt nicht geschätzt. Ich gehe weg. Gib mir den Burger. Ich brauche einen Snack. Oh Gott, nichts passiert. Spanien, du bist so fleißig. Ich hätte nicht gedacht, dass du unter meiner Kochmütze so still sitzen würdest. Wie lange noch? Stopp. Wer sind Sie? Sie erinnern mich sehr an Mila. Ich finde, ihr seht euch sehr ähnlich. Wer ist sie? Ich bin hier, um die Wände zu streichen. Sehen Sie. Ihre Farbe fällt schon ab. Es muss neu gemacht werden. In der Tat. Was ist in dem Eimer? Vielleicht ist es gar keine Farbe. Sie können sich selbst davon überzeugen. Gut. Jetzt zeigen Sie mir die Walze. Oh nein, jetzt wird es nicht klappen. Ah, wer hat mich gebissen? Was war das? Jetzt tut mein Daumen richtig weg. Ich zeige es dir jetzt. Fang zuerst auf. Einfach. Ich fange dich trotzdem auf. Sport macht frei. Eins, zwei, drei und vier. Seltsam, warum kitzelt es so sehr? Hilfe. 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 Es ist so lustig. Alex, was ist los mit dir? Woher kommt dieser niedliche, pelzige Hamster im Gefängnis? Es ist doch dein Bello. Was? Nein, das ist nicht schon wieder mein Bello. Ich werde Ihnen eine Lektion erteilen. Seht mal, was da reinfliegt. Blatt stehen. Sie ist trotzdem weggelaufen. Ich verspreche, ich fange dich, Mila. Haha, halb jagt ein kleines Mädchen. Ist das sehr lustig? Geben Sie mir den Hamster hier. Und bleiben Sie ruhig sitzen. Jetzt habe ich auch einen kleinen Freund. Ich werde ihn stopper nennen. Ich hoffe, wir werden Freunde. Hallo. Bleiben Sie stehen. Keine Haustür sind erlaubt. Aber es ist Titschi. Sie hilft mir bei den Tricks. Mögen Sie Zaubertricks? Ich kann viele Dinge tun. Nein, wir wollen hier keine Verrückten auf Wiedersehen. Sie sollten nicht so denken. Ich zeige Ihnen jetzt, wozu ich fähig bin. Wenn Sie dieses Amulett ansehen, schlafen Sie ein. Eins, zwei, drei. Es hat geklappt. Was für ein feiner Kerl ich bin. Der Weg ist frei. Alex, schau. Ich habe deinen Bälle mitgebracht. Er ist es nicht schon wieder. Aber er könnte nützlich sein. Er hat die Schlüssel zu meinem Raum. Das stimmt. Ich kann dich rauslassen. Öffne die Gitter schnell. Geschafft. Hurra, ich bin frei. Alles Dank des Affen. Ihr Name ist Titschi. Eine Sekunde, ich muss mich umziehen. Ich schaue nicht hin. Keine Sorge, ich habe doch meine Unterhose an. Ich glaube, Titschi sieht ein bisschen wie ich aus. Wenn er hier bleibt, kann ich in Ruhe fliehen. Keiner wird es merken. Eine gute Idee. Komm, komm. Okay. Es ist niemand da. Okay. Gehen wir. Leise, leise, leise. Was habe ich getan? Los. Was ist hier los? Woher kommt der Lärm? Was ist hier passiert? Wo ist Alex? Was ist los? Was für ein Horror. Der Zauberer hat ihn in einen Affen verwandelt. Hallo, mein kleiner Bello. Ich habe dich so sehr vermisst. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe meinen Job. Den ganzen Tag nur rumsitzen. Und Kampftechniken trainieren. Guten Tag, ich bin gekommen, um medizinische Untersuchungen durchzuführen. Zeigen Sie mir zuerst, was in Ihrem Koffer drin ist. Wir brauchen keine Ärzte. Also, hau ab. Ich muss aber trotzdem eine Inspektion machen. Wenn Sie mich nicht ins Gefängnis lassen wollen, dann muss ich Sie eben untersuchen. Und zwar mit diesem Ding da. Ziehen Sie die Hose aus. Wissen Sie was? Überprüfen Sie lieber den Gefangenen. Der sieht etwas kränklich aus. Hier ist der. Ah ja, genau. Oh, mein Magenschmerz so sehr. Ich glaube, der ist wirklich krank. Ich werde Sie nicht belästigen. Schau mal, Andy. Ich habe dir dein Haustier gebracht. Ich hoffe, ich habe nichts verwechselt. Na, der gehört doch dir, oder? Nein, das ist doch eine Katze. Oh nein, ich habe eine Allergie auf Katzen. Ich habe wohl etwas durcheinander gebracht. Mach dir keine Sorgen. Ich werde wiederkommen. Amt ihr? Ich glaube, du solltest besser gehen. Schau mal, die Spritze hier sollte dir helfen. Sie wird deine Allergie bekämpfen. Oh nein. Nein, das ist nicht nötig. Das Kätzchen. Es läuft weg. Jetzt erwartet mich ein kleiner Snack. Hä? Wo kommt die Katze her? Oh nein. Wie ist sie ins Gebäude gekommen? Tut mir leid, Kätzchen. Aber ich muss dich rausschmeißen. Hey, you. Power up. Oh nein. Ich glaube, sie hat uns entdeckt. Wir müssen uns aus dem Staub machen. Solange die Polizistin ohnmächtig ist. Und beim nächsten Mal muss ich ein anderes Kostüm benutzen. Hallo, ich bin die neue Putzfrau. Moment, bleib mal stehen. Ich muss dich zuerst durchsuchen. Vielleicht bringst du ihr etwas Gefährliches oder Illegales mit. Willst du ein KitKat? Ja, vielen Dank. Aber ich glaube ja nicht, dass die Schokolade wichtiger für mich ist als die Arbeit. Zeig mir, was in deinem Eimer ist. Hier drin? Ah, keine Ahnung. Nichts Besonderes. Hey, was machst du denn? Na gut, na gut. Geh rein. Oh, vielen Dank. Ich habe nämlich einer Menge Arbeit zu tun. Andy, hier bin ich. Ich habe dir deinen Freund mitgebracht. Ich habe alle drei gefunden. Alle drei? Aber ich habe doch nur einen. Ach, komm schon. Das sind doch deine drei Goldfische, nicht wahr? What? Fische? Seit wann nennt man Fische Freunde? Versteck sie schnell. Verstecken? Aber wohin? Ich habe keine Ahnung. Oh, vielleicht ins Klo. Da ist ja schließlich Wasser drin. Hoffentlich wird sie nichts bemerken. Was ist hier los? Wieso ist das ganze Wasser auf dem Boden? Sorry, könnten Sie bitte gehen? Ich muss nämlich dringend aufs Klo. Oh no. Ja, ja, wir verschwinden sofort. Hey. Hoffentlich wird Jane mein Hündchen finden. Was ist das? Mir ist so einsam ohne ihn. Ich vermisse ihn so sehr. Hallo, mein Name ist, äh, ja, Jerry. Ich bin gekommen, um die Zelle zu überprüfen. Das ist meine Werkzeugkiste. Scheint alles in Ordnung zu sein. Du kannst reinkommen. Wobei, warte mal. Schau mal, mein Stuhl ist kaputt. Kannst du das bitte in Ordnung bringen? Ah, ein Stuhl. Das passiert öfters. Ich benutze einfach Klebeband. Okay, du kannst rein. Wie billig ist das denn? Komm rein. Wir haben gerade ein Problem mit dem Licht in dieser Zelle. Nope. Kannst du die neue Glühbirne einschrauben? Hey. Ja klar, das mache ich doch gerne. Ist ja schließlich mein Job. Ich muss an Andy rankommen. Ach ja, genau. Ich mache einfach nur ein Loch in die Wand. Und dafür brauche ich den Hammer. Nein, die Wand ist härter, als ich gedacht habe. Vielleicht hilft mir eine Bohrmaschine. Was soll denn das? Ich brauche eben extreme Maßnahmen. Das sollte definitiv klappen. Was ist da los? Keine Sorge, das ist bloß meine Art, die Glühbirne einzuschrauben. Endlich wird Andy seinen Freund sehen. Wo ist der nur? Der passt doch nicht in so ein Loch. Was? Das ist ja eine Ratte. Was ist passiert? Warum ist da eine Ratte in der Wand? Bevor es nicht zu spät ist, muss ich gehen. Guten Abend. Ich habe hier einen gefährlichen Verbrecher gefangen. Der muss in die Zelle gesetzt werden. Wow, den suchen wir ja schon seit langem. Okay. Komm rein, die Zelle ist dort hinten. Wo ist meine Bananen? Nein. Was ist denn hier los? Jane, hast du meinen Freund gebracht? Aber klar doch. Hier, freust du dich? Das ist so ein Frittchen. Voll gruselig. Das ist nicht mein Junge. Das tut mir leid. Komm, ich bring dich wieder raus. Was ist denn hier los? Du bist doch gar kein Polizist. Na warte. Das wirst du bereuen. Was? Hä? Wo ist meine Waffe hin? Scheint, als wäre dieses Frittchen ein echter Meister. Hä? Was ist denn hier los? Äh, wir müssen gehen. Verzeihung. Stopp. Ich werde euch noch einholen. Auf keinen Fall. Weißt du was? Dafür werde ich dich nicht füttern. Hier ist eine Banane und mehr kriegst du nichts. Darf ich bitte durch? Hier kommt das Essen für die Gefangene. Ich hoffe nur, da sind keine Tiere drin. Ich hatte nämlich kürzlich Probleme mit einem Frittchen. Von redest du? Sind das etwa Tiere? Oh, was für appetitliche Chicken Wings. Ah, du bist sicher hungrig. Guten Appetit. Na endlich, werde ich einen kleinen Imbiss haben. Hey, jö. Hä? Wo kommt das Fell her? Na warte. Andy, ich bin's. Jane. Wirklich? Hast du ihn mitgebracht? Ich kann's kaum erwarten. Ich war stundenlang hinter ihm her. Der ist ganz schön schnell. Das ist nur ein Kaninchen. Das ist nicht das, was ich brauche. Moment mal, schon wieder du. Du mit deinen Tieren. Was? Welche Tiere? Ich hab keine Tiere. Na unterm Deckel. Ich weiß es doch ganz sicher. Siehst du, da ist niemand. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich werd diese Bestie noch finden. Hey, hey, was ist los? Hier ist niemand. Was für ein gutes Kaninchen. Es hat sich einfach unter meinem Hut versteckt. Stopp, wo willst du hin? Ich bin zu Andy gekommen. Verstehen Sie, ich bin seine Frau. Wow, wir haben ein gemeinsames kleines Kind. Wow. Das Baby vermisst seinen Vater. Das Baby? Ja, natürlich. Sie können rein. Andy, hallo. Ich bin's wieder. Diesmal hab ich dir deinen Freund mitgebracht. Wieso hast du nicht gleich gesagt, dass du einen Hund hast? Mein Junge, da bist du endlich wieder. Ich hab dich vermisst. Gib ihn her. Oh nein, er passt nicht durch. Fang ihn. Er will weg. Was ist denn hier los? Seit wann hat sich das Gefängnis in einen Zoo verwandelt? Oh nein, Hilfe, Hilfe. Das ist meine Chance, Andy zu befreien. Könntest du mich rauslassen? Ja, natürlich. Gleich bist du frei. Ich muss nur den richtigen Schlüssel finden. Oh nein. Ich glaube, ich weiß, wie ich dieses Tier beruhigen kann. Willst du einen Hotdog? Hab ich's doch gewusst. Und jetzt kommst du aber mit. Aha. Was machst du denn hier? Nichts. Ich wollte nur, äh, keine Ahnung. Freundchen? Du sitzt jetzt in einer Zelle mit deinem Herrchen. Hurra. Da bist du ja, mein Kleiner. Wir sind wieder zusammen. Ich kann wieder nach Hause gehen. Sicherlich nicht. Du hast mich mit deinen Tieren zu Tode genervt. Du kommst auch mit rein in die Zelle. So werdet ihr mir keinen Ärger mehr machen. Ich geh so lange. Was zum Mittagessen. Naja, zumindest. Bleiben Sie stehen. Wer sind Sie? Und warum sind Sie hier? Ich bin eine Ärztin. Das ist eine planmäßige Untersuchung des Gefangenen. Was ist im Koffer? Schauen Sie bitte. Soll ich sie auch behandeln? Nein, nein. Das brauche ich nicht. Ich sehe schon den Kranken. Ist er krank? Bringen Sie mir nicht zum Lachen. Schauen Sie. Er ist ganz gesund. Alex, du bist krank. Ich? Oh ja. Wie krank ich bin. Mein Herz tut weh. Mein Magen tut weh. Was ist los mit mir? Ja, er braucht wirklich Hilfe. Kommen Sie hier rein. Dankeschön. Hallo. Endlich. Hast du gebracht? Ja, ich habe deinen Schatz gefunden. Ein guter altmodischer Doppelter Boden hat mich gerettet. Hier. Bitte sehr. Er ist sehr süß. Aber das ist nicht mein Bello. Abtschi. Nimm ihn weg. Ich bin allergisch gegen Katzen. Naja. Jetzt habe ich... Abtschi. Abtschi. Ich habe jetzt noch Krätze. Ich glaube, das Kässchen hat einen anderen Freund gefunden. Ich gehe los, um den Rowdy zu fanden. Was ist da drüben? Da bewegt sich was. Das bedeutet, dass es irgendwo ein Biest gibt. Es ist nicht so, wie sie denken. Rotschop, lauf nicht wieder so weit weg. Entschuldigung, das war ein Missverständnis. Ich gehe nach Hause. Die Ärzte. Ich finde die Freundin aller Katzen. Stopp. Hallo, ich bin hier, um aufzuräumen. Ich muss sie untersuchen. Alles scheint in Ordnung zu sein. Aber irgendwas stimmt nicht. Ich bin sicher. Zeigen Sie mir, was in Ihrem Eimer ist. In Eimer? Was soll das heißen? Und überhaupt, schauen Sie mal, wie dreckig es ist. Lassen Sie mich durch. Seien Sie vorsichtig. Glauben Sie, das war alles. Ich bin noch nicht fertig damit. Putzfrau. Alex. Hey. Guck schnell. Ich glaube, ich habe deinen Bello gefunden. Diesmal musste ich ihn heimlich in einen Eimer bringen. Ich höre dieses goldene Baby dir. Hier, bitte sehr. Wolf, es ist ein Fisch. Natürlich, es ist kein Bello. Was? Schrei doch nicht so. Ich habe alles verschüttet. Wir müssen jetzt etwas tun. Fische, es tut mir leid, aber ich habe keine andere Wahl. Fertig. Was ist denn hier los? Ich habe Schrei gehört. Alex, was ist los mit Ihnen? Ich habe nur Verdauchstörungen. Oh, Entschuldigung. Warum haben Sie das nicht von Anfang an gesagt? Los geht's. Es ist ein bisschen unangenehm. Geklappt. Wow, und die Fische fühlen sich dort sehr wohl. Wann wird sie meinen Bello finden? Ich vermisse ihn sehr. Ich lasse niemanden mehr rein. Tja, alle bekommen alles von mir. Ups. Hallo, ich renoviere. Sehen Sie, ich habe sogar einen ganzen Koffer vollen Werkzeuge mitgebracht. Zeigen Sie mir, was drin ist. Kein Problem. Hier gibt es alles, was ich brauche. In der Tat, genau. Wenn Sie schon mal hier sind, können Sie mir helfen. Mein Stuhlbein ist gebrochen. Ja, natürlich. Das gebräulichste Klebeband wird mir hier helfen. Es gibt nichts Zuverlässiges. Sind Sie da sicher? Also gut, kommen Sie mit mir. Ich zeige euch, was dort kaputt ist. Ich bin fast am Ziel. Ich glaube, ich kann es von hier aus selbst schaffen. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben ein Problem in dieser Gefängniszelle. Hier gibt es absolut kein Licht. Sie müssen eine Glühbirne anbringen. Ich glaube, Sie schaffen es. Bitte schön. Let's go. Ja, ich habe verstanden. Hey Alex, willst du deine Zelle aufräumen? Man muss abstauben. Ich glaube, ich muss hier ein Loch machen. Womit kann ich das tun? Ich denke, Hammer passt gut. Nein, das wird nicht helfen. Ich brauche eine Bohrmaschine. Jetzt schaffe ich das. Los geht's. Was ist das? Warum ist es so laut? Alles in Ordnung. Es sind nur Renovierungsarbeiten im Gange. Das Loch ist fertig. Bleibt nur noch das Wichtigste. Das Haustier hineinstecken. Hoffentlich ist das den Bello, von dem Alex gesprochen hat. Was ist denn das? Was ist mit meinem Bello passiert? Hoppla. Alex, was ist los? Wie geht es Ihnen? Ich frage mich, was er gesehen hat, das so unheimlich war. Ist das ein Schwein mit Hundeohren? Oh nein. Anscheinend ist das Schweinchen nicht wirklich, Bella. Ich werde weitersuchen. Was für ein Gestank. Zeit, meine Schuhe zu waschen. Leise, das Baby schläft. Wir sind gekommen, um unseren Vater zu besuchen. Halten Sie, beweisen Sie zuerst, dass Sie sich einander kennen. Hier ist unser Foto. Also, keine Fragen. Darf ich mit dem Baby spielen? Nein, er schläft. Ja, sicher. Kommen Sie rein. Mein Lieblings, Bello. Alex, ich bin da. Erkennst du mich nicht? Ich bin es, Milla. Diesmal habe ich definitiv deinen Bello mitgebracht. Schau mal. Ist er das? Bello, Kumpel, endlich habe ich dich gefunden. Komm her, mein Schatz. Du solltest wissen, wie sehr ich dich vermisst habe. Ich habe ein Geschenk für das Baby. So. Was ist hier los? Milla, das ist zu viel. Aber endlich habe ich dich. Jetzt wirst du genau da sitzen, wo Alex sitzt. Hast du verstanden? Bitte, bitte. Es war nicht meine Schuld. Ich habe es gut gemeint. Wie furchtbar. Bin ich wirklich im Gefängnis? Ich flehe Sie an. Lassen Sie mich los. Nein. Viel Spaß, ihr Turteltauben. Nein. Hilfe. Hilfe. Leckere Skittles. Das Krankenhausessen gefällt mir überhaupt nicht. Was ist los? Ich soll es verstecken, sonst nimmt die Krankenschwester es weg. Guten Morgen, Patienten. Wie fühlen Sie sich? Warum lächeln Sie so komisch? Was ist mit Ihrem Bein? Am Morgen schon etwas Süßes? Nein, solange ich hier bin. Ich verbitte Süßigkeiten im Krankenhaus. Und das alles konfisziere ich in mein Büro. Wenn Sie wieder gesund werden, gebe ich es Ihnen vielleicht zurück. Sie ist so grausam. Sie hat mir meine einzige Freude gerauft. Moment mal. Skittles ist immer noch da. Sie hat es nicht gefunden. Hey, ist das alle? Ja. Oh, ich habe einen Bruder. Ich werde ihm ein Bild schicken. Gas geben. Oh, eine Message. Mein Schwesterherr ist im Krankenhaus ohne Süßigkeiten. Ich soll ihr jetzt sofort helfen. Ich bin auf dem Weg, meine Lieblingsschwester. Also, bleiben Sie stehen, Jungemann. Was tragen Sie? Für wen? Süßigkeiten sind strengens verboten. Was haben Sie denn hier? Hm, schwangere Frau hat mich auf eine tolle Idee gebracht. Niemand wird etwas fragen, wenn ein Junge, obwohl nein, wenn ein Mädchen ein kleines Bäuchlein hat. Meine Fräsur ist perfekt und Schwangerschaft passt zu mir. Also, ich bin bereit, das System zu umgehen. Hallo, Fräulein. Sind Sie schwanger? Dann sind Sie hier genau richtig. Mädchen, habt ihr hier zufällig ein Schwangerschaftszimmer gesehen? Was? Psst, Nancy, das bin echt nett. Du siehst super cool aus. Ich habe dich nicht erkannt. Dieser Look hat mir geholfen, dir ein paar schöne Süßigkeiten zu schmuggeln. Ich habe deine Lieblingsschwester von zu Hause mitgenommen. Und das ist für deine Freundin. Hm, danke, mein Lieblingsbruder. Ich wusste immer, dass du mir mithelfen würdest. Willkommen auf Parara. Guten Tag, Moment mal, alle Süßigkeiten nehme ich weg. Man darf sie nicht mit ins Krankenhaus bringen. Alle zur Seite. Was ist mit ihm los? Ich fühle mich schlecht. Schnell bringen sie in den Operationshall. Wen habt ihr dann gebracht? Wir haben keine Betten mehr. Wartet mal, das ist mein Bruder. Was ist denn mit ihm los? Uff, ich bin wirklich fast gestorben. Hey, Nancy, es ist doch ein Prank. Wir haben dir gerade ein paar Süßigkeiten gebracht. Bist du glücklich, meine kleine Naschkatze? Wow. Es ist genug, um das ganze Krankenhaus zu ernähren. Der beste Bruder aller Zeiten. Ich habe so lange Cola nicht getrunken. KitKat schmeckt am besten. Mentos ist auch sehr lecker. Halten Sie bitte. Sehen Sie das Schild mal genauer an? Süßigkeiten sind verboten. Oh nein, sie wird auch meine Chips wegnehmen. Nein, ich habe eine Idee. Dad mit Chips darf nicht rein. Aber der Krankenpfleger mit Chips in der Tasche darf. Und ich sehe so cool in Uniform aus. Hallo, Schöne. Ich bin dein Kollege. Erinnerst du mich nicht? Wir waren zusammen auf der Uni. Ich bin hier, um dich zu ersetzen. Geh dich ausruhen. Alles Gute. Bleiben Sie bitte stehen. Sehen Sie das Schild? Keine Süßigkeiten. Geben Sie sie mir. Und kommen dann rein. Nein. Das war eine sehr gute Idee. Ich habe jetzt eine ganze Box voller Süßigkeiten. Ich bringe alles zu meiner Schwester. Hey, Schwesterchen. Ich habe eine Überraschung für dich. Es ist eine ganze Box voller Süßigkeiten. Ich habe sie bei der Anmeldung abgeholt. Das sind deine Lieblingschips. Ich wusste, dass sie dir schmecken würden. Mh, das ist sehr lecker. Ja. Kollege, was machst du denn hier? Halt. Ich werde dich finden. Du Betrüger. Oh nein. Was soll ich denn jetzt hin? Halten Sie bitte fest und essen nicht. Das Mädchen braucht sofort Hilfe. Ich bringe sie weg. Mein Kopf tut so weh. Warten Sie bitte. Geben Sie die Süßigkeiten ab. Aua. Können Sie es ein bisschen leiser machen? Gehen Sie schon. Ähm, guten Tag. Ich bin Arzt. Ich gehe einfach in mein Büro. Was ist los? Haben Sie etwas gegen Kopfschmerzen? Ich habe seit heute Morgen rasende Kopfschmerzen. Ja, natürlich. Ich suche etwas in meinem Arztkoffer. Ich habe hier eine Pille. Hilft immer alle sofort. Vielen Dank. Sie haben mich gerettet. Oh, ist es wirklich eine Pille? Ich glaube nicht, dass sie so süß sind. Was? Es ist Skittles. Was haben Sie noch? Ich habe mich an etwas Wichtiges erinnert. Und Pille nehme ich mit. Auf Wiedersehen. Kannst du glauben, er hat mir Süßigkeiten statt der Pille gegeben? Warte bitte. Sehen Sie sich bitte das Schild an. Süßigkeiten sind nicht erlaubt. Also, ich nehme das und Sie können rein. Darf ich bitte durchgehen? Oh, danke schön. Hier bin ich nicht. Oh, sie hat mich bemerkt. Hallo. Nun, ich paare schon. Was ist das? Skittles weg? Warte mal, der Zug im Rollstuhl. Warum ist da eine Bonbonspur hinter dir? Aha, du hast Süßigkeiten gebracht. Verschwinde aus meinem Krankenhaus. Er rennt dazu. Frecher Junge. Und Sie, geben Sie mir Ihre Chips und gehen weiter. Oh, hallo. Menden Sie ab. Herzlichen Glückwunsch. Seien Sie bitte vorsichtig mit Ihrem Fahrrad. Gut, dass Sie nicht weit gefahren sind. Also, gehen Sie zurück ins Zimmer. Und ich sage dem Arzt, er soll ein Fahrradverbot aussprechen. Armes Mädchen. Wer ist denn das? Kann ich Ihnen helfen? Hey, Ihr Schönheiten. Oh, sind Sie ein Sultan? Wow, eine Rose aus einer Feder. Das ist für mich. Wie schön. Ich bin gekommen, um eine Frau zu wählen. Ich mag sie am meisten. Ich denke, das klappt. Hey, wer ist das? Das bin ich. Ted, dein Bruder. Sehe ich wie ein echter Sultan aus? Ich habe nicht viel Geld, sondern eine Menge Süßigkeiten. Alles für dich, meine Schwester. Willst du? Natürlich. Sehr leckerer Beingummis. Stimmt. Bleiben Sie stehen. Keine Süßigkeiten sind erlaubt. Ja, ja, jeder hier hat Schmerzen, aber die Süßigkeiten sind verboten. Geben Sie sie mir. Soll ich sie Ihnen geben? Ich habe gerade eine neue Packung geöffnet. Ich muss etwas tun. Oh ja, ich werde meine Skittles verstecken, damit die Krankenschwester es nicht bemerkt. Ich brauche nur eine leere Pringles-Packung und einen künstlichen Arm. Füge sie zusammen, lege Verbände an und stecke Süßigkeiten hinein. Genial, oder? Es soll klappen. Ich gebe es nicht ab. Doch, Sie sollen es abgeben. So. Warten Sie mal. Was ist los mit Ihnen? Ah, mein Arm tut weh. Entschuldigung, gehen Sie schnell zum Arzt. Es hat geklappt. Nancy, ich habe mir den Arm gebrochen. Es tut so weh. Mein armer Bruder. Wie ist das passiert? Es ist ein Prank. Wie schrecklich. Ich habe mir nicht den Arm gebrochen. Ich wollte nur Süßigkeiten schmuggeln. Schau mal, das war eine brillante Idee. Sehr cool. Du hast mir wieder geholfen.